Mein Name ist Lukas Meindl. Ich freue mich, euch heute zeigen zu dürfen, wie wir zwiegenähte Schuhe produzieren. Eine langjährige Tradition. Wir machen seit über 300 Jahren hier am Ort in Kirchhanschewing zwiegenähte Schuhe und das wollen wir auch in Zukunft so machen. Es ist ein edles Produkt. Es ist die richtige Handwerkskunst, die wir hier immer noch sehr pflegen und mit unseren Mitarbeitern durchführen. Nehmt euch die Zeit, schaut euch die Bilder an und ihr werdet sehen, dass es ein Produkt ist, das mit sehr, sehr viel Emotion behaftet ist. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.